Hey Leute, I'm Crusader hier. Willkommen zurück bei meinem Playthrough von Mark of the Ninja. Das letzte Mal haben wir den Tempel verteidigt von irgendwelchen Angreifern, wo wir noch gerne wissen, was passiert ist. Und sind darauf gekommen, dass natürlich wir der eine Chosen One sind. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ich zeige dir, dass sie die Schmerzen werden. Ich erzähle dir die Geschichte des Ing, und die Championen, die vor dir gekommen sind. Vor der Restoration, als die anderen Klan sträte und verbreitet, ein Merchant sold uns ein Geheimnis. Er hat uns zu einer Blüten, die Pätschern mit Toxin verbringst. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to out. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Okay. Also in dieser Zwischenquenz sind wir wahrscheinlich drauf gekommen, dass... Wahrscheinlich, dass ich überhaupt... Es ist einfach mal das Ende wird so sein, dass... Dass wir einfach sterben werden. Natürlich, dass wir uns opfern müssen für den Clan. Oh man, wuhu, wuhu. So. Hm. 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 Schauen wir mal, was wir jetzt alles machen müssen. Okay, kann man da runter? Bringt das was? Okay, jetzt mal. Ah, da ist natürlich etwas versteckt. Ekel. Wie es immer ist. So. Jetzt rennen wir uns. Ah, man kann auch... Oh, ich habe gerade auch aufrennen. Das ist was Schönes. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wenn ich da reingehe anscheinend. No. No, wird nicht gut sein. Ach, geh. Komm, wir rennen weiter rauf. Ich muss was anderes suchen, oder? Okay, anscheinend nur da reingehe. Super. Das ist... These buildings are protected by high-tech tripwires. Mhm. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. Ah, das ist nett. Paul ist abled, ne? Schaut an. So ist das. Na gut, das ist aber schon ziemlich lame, wenn das so einfach geht. Aber okay. Ich glaube, das will so Metal Gear Solid Style irgendwie. Okay. Das ist natürlich schon was anderes, wie es ausschaut. Na gut. Was ist da? Destroy that. And you'll bring down all the lights. For a time. Das ist ja was Schönes. Ist das schon for a time genügen? Nein! Äh, so ein Blödsinn. Äh, super. Äh, so schlecht. So schlecht. So schlecht, so schlecht, so schlecht. So schlecht. Nein, nicht schon wieder! Nicht wieder! Hey, ich weiß, dass du hier bist. Es gibt es nicht. So müssen wir uns gerade machen. Ach Gott, da muss ich wirklich... ...mit da unten verstecken? Stecken. Nein, das ist super. Nein, das ist super. wie länger da als ich gedacht hab, ne, super. Das ist aber scheiße. Ich werde geradeaus über die Laser, das geht ja auch nicht. Ach Gott, das ist ja irgendetwas. Warum? Gleich der erste Raum und ich fail so extrem. Das ist die Frage, wie wir das jetzt geschickt machen können. Warum hörst du mich die ganze Zeit? Das gibt's ja nicht. Ich gebe Ruhe einfach. Ich gehe einfach dann schneller runter und schaue, als ich ihn umrühren kann. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Nein! Ah, Gott sei Dank, okay. Benedo, dann fangt das Ganze immer an. Genau, das ist, glaube ich, das Gescheiteste. Das ist ja ein Wahnsinn. So, wie machen wir das am geschicktesten? Wie machen wir das am geschicktesten? Wie machen wir das? Da stehen jetzt mal die Lichter. Das ist schon mal toll. Ah, dann werden wir es einfach machen. Das ist ein Lichter. Mhm, ja. Ganz komisch, dass es weg ist. Vielleicht durchspringen, wenn der Laser nicht da ist. Und sich zu dem Verstecken schnell. So, irgendwie. Okay. Er geht aber ganz normal herum, oder wie ist das? Ja, ganz normal. Na gut, dass wir uns herumbringen können, dann gemütlich. Ja, genau, endlich. Ach, es geht ja doch, es geht ja doch. Ich muss ein bisschen alles machen. Ist da noch irgendetwas? Na, geht's nicht weiter, okay. Schauen wir mal weiter runter. Tja, na, das wird schon knifflig, das Ganze. Hupsi, und wie schaut's aus? Okay. Lass mich raten, du kommst natürlich nicht so weit her. Aber dafür, ha, ha, ha. Ja, das wird, das wird doch, das wird interessant, das wird interessant, wenn wir das machen. Oh, hallo. Na gut, das wird doch nicht interessant. Cut Power. Disabled. Das ist ja ganz böse, ja. Kannst du runter schauen? Okay, du kannst runter schauen, aber runterkommen nicht, das ist mir das egal. Tja, wir sind kaputt geworden. Vielleicht eine böse kleine Ratte da unten, oder nicht mehr, aber weiss. Tja, ja, geh noch weiter, geh wieder anders. Und tschüss. Oh, nicht verstecken. Reiche, wir räumen, passt. Wir sind hier ein säuberlicher Ninja. Okay, okay. Okay. Na, gehen wir einfach oben weiter. Da haben wir uns ein Rabe. Ja. Die Transformers müssen nahe sein. Aber bemerkbar, die Katwalks sind mit Gästen. Mhm. Das stimmt. So können wir es jetzt gucken. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht so gut. Was ist noch da? Da ist er. Machen wir es jetzt am geschicktesten. Wups. Wups. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt runterdangeln soll oder nicht. Ah, bleib einfach da stehen, oder wie? Tja. Wie machen wir das jetzt? Das ist für ein Mission Impossible Ding. Eps. Muss ich kaputt kommen. Nein. Oh, kann ich nicht kaputt machen? Was ist denn das? Ich will ja nur, ich will ja nur, dass ich da alles irgendwie hab. Nur leid, ich bin sie weg. Aber ich glaube, es bringt dir nix. Mal schauen, Leute. Bitte. Okay. Aber warum kann ich das richtig kaputt machen? Das wundert mich. Lichtig kaputt machen? Nein. Schade. Riecht das Ganze unter einer Minute. Naja, gut. Wenn ich das jetzt mal kähen ungefähr, könnte ich das vielleicht nochmal machen können. Naja. Passiert. Passiert. Mal runter schon. Tja, jetzt will ich dich da drin. Komm her. Dreh dich um und dann... War's das wieder, glaube ich, für dich. Ja, das war's für dich. Stealth Kill. Und tschüss. Schauen wir mal, ob wir das Ganze im Hitman-Stil... Können wir den auch doch... Ja, natürlich können wir den da reinhauen. Super ist das. Super ist das. Diese Lichter können wir alle nicht kaputt machen. Schnell, 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 schnell. Ah, verstecken, verstecken, ausgezeichnet. Ja, gegen woanders hin ist mir schon wurscht. Ja, siehst nix, aber ich seh dich. Hahaha. Jetzt ein Körpers, Grabbody, ja. Kann ich da nicht verstecken. Okay. Lass mich trotzdem da. Na, du gehst weiter, genau. Geh mal da weiter. Ah, sind wir schon da, okay. Das ist es quasi, okay, okay. So far, so good. Mein Generator ist kaputt und jetzt geht's bis daher. Ja, okay. Was sollst du das? Was sollst du das? Was sollst du das? Tja, was war das bloß? Ja, ein Feuerwerk skypern, also leicht kann man die ein bisschen sich damit herumspüren. Ui, und, ah, nein. Ich möchte genau die Kuhn alles, die Lichter kaputt machen. Da ist gar nix. Ah, ein neues Klöck hat mir nicht unendlich viel, na gut. Wäre auch zu einfachst, glaube ich. So, ist jemand da? Okay, da kann man nur da rauf gehen. Warte, okay. Change item. Ah, das ist was Nettes. Schau dann, so geht das auch. Na gut. Es wird ja immer interessanter. Na, was ist da jetzt los? Okay. Ha! Na, schau das, was super jetzt hat. Ist da unten irgendwas? Na, ich glaube da unten ist ja nix. Ja, das war ein neues. Na, das weiß wohl niemand. Dreh ich doch bitte wieder um, netter Guard. Oder kann ich das weiter... Ah, na, ich glaube das ist schlecht. Genau, immer noch nichts. Immer noch nichts mit drin. Ja, genau, da ist nichts da. Komm einfach her. Okay, dann haben wir hinter dir ein neues Cracker. Ich höre auch etwas ins Parlament. Tot, ha, ha, ha. Tja. Hm. Na, na, da ist mein Körper auch da. Ist da oben irgendwo hin? Das ist irgendwas Special. Oh ja, das ist irgendwas Special-mäßiges. Okay. Was bist du jetzt? Da oben ist ein Scroll und... Challenge Room. Okay, okay. 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 Wie soll ich das machen? Wie schaffen wir das? Muss man da raufkommen? Wie soll das... Wie soll das... Okay, dann... Das heißt, wir ziehen das jetzt rüber und schauen, was dann passiert. Geht das? Ich glaube schon. Irgendeine Interaktion... Okay. Na gut. Bringt mir das irgendetwas? Was bringt mir das, bitte? Oh, was wird mir das bringen? Das weiß man auch nicht. Das muss man so kommen. Das muss jetzt wieder einschalten, die alten Sachen. Hm? Oh ja. Ha. Genau. Das bringt es. Alles klar. Das ist natürlich nur die Frage, wie da raufkommt. Wie soll ich da raufkommen? Wie soll ich da raufkommen? Ah, kann man da... Kann man da umklettern? Oh ja, da kann man klettern. Oh, ausgezeichnet. Ne, das ist was Schönes. Ha, ha, ha. Super. Challenge Room geschafft. Let me tell you the stories of the birth of the mighty Hisomu clan. Okay, so muss ich mir die Scrolls holen. Okay. Tetsuji. Okay, ich war gut, wo gehen wir jetzt weiter. Tetsuji, the greatest ninja of clan Hisomu. Tschüss. Ah, schau da an. Paul is able. Naja, das geht ja. Das ist ja alles ganz okay noch. Uff, 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 uff. So, das schaut schon anders aus. Das wird jetzt aber auch ganz gut funktionieren, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß, wer jetzt sterben wird. Hallo und tschüss. Ha, ha, ha. Okay, gut. Das heißt, wenn der... ein bisschen weiter weg ist... rauf schnell und dann... springen kann ich nicht, aber... okay, komm herauf. Graben kann ich ihn. Und tschüss. Tja, tja, tja. So. Da kann man natürlich rauf. Und da muss jetzt irgendwo das Elektro-Ding sein. Genau. Okay. Oh, so geht das. Tschüss. Disabled. Wie praktisch ist da überall, das ist ganz komplex, dieser Enter-Haken der Sachen gibt. Vielleicht hat sich der Innenarchitekt auch nicht wirklich was gescheit dacht. Dabei ist alles so ninja-freundlich, dieses ganze Layout hier. Inside the complex. Und wo kommst du daher? Wo kommt die daher? Ja, das weiß man natürlich auch nicht. Und wieder Rabe. Okay, ein Rasmaker. Get inside the security tower. Uff. Geht's noch weiter? Na, ich glaub, das war dann die Map. Na gut. Haben wir das Geld gemacht. Und da ist ein Rasmaker. Und da ist ein Rasmaker. Wir können direkt bei ihnen. Mhm. Na, direkt bei. Gut, du gehst da her. Aber da ist ein Rasmaker. Muss ich mal holen. Ein Artefakt. Aber jetzt warten wir, bis er zurückkommt. Komm schon. Bis du zurück gehst. Oder bleibst du da oben jetzt stehen. Das ist ja blöd. Da geht's wiederkommen, glaub ich. Dann droppen wir runter. Und dann werden wir in die Kehl durchschlitzen. Yay. Wo bist du? Na, jetzt stehst du drinnen. Wirklich. Ja, ist das denn super. Machen wir das jetzt ganz, ganz, ganz gewieft. Mhm. Drehe dich irgendwann um. Dann komme ich und werde dich aufschlitzen. Oh ja. Na, geh auch. Das ist natürlich noch einfacher. Nein. Umdrehen. Bingo. So macht nur das. Und tschüss. Juchu. Artefakt recovered. So geht das. So geht das. Und jetzt. Schauen wir weiter. Ah gut. Na, den bringen wir um. Ja, den bringen wir um. Das passt schon. Ich mache ein bisschen Punkte. Außerdem bin ich ja ein Böser. Nee, ja. Wenn ich mich zum Schluss schon selber umbringen muss, weil ich diese tollen Fähigkeiten habe. Kann ich auch anderen damit mit reinziehen. Wenn ich schon so blöd in unseren Klang angreife. Warum nicht? Ich finde das alles nur fair. Ssss. So. Du bist jetzt auch versteckt. Und jetzt zerstören wir noch die Geschichten. Lassen wir das weitermorgen. Yay. Juhu. Ja, lass mich nicht gesehen. Ja, das wird's doch nicht. Wenn's zurück ist. Mein lieber Freund. Genau, let's move on. Du movest dann on. In die Hölle. Oder nachdem du hinkommst. Das ist Evil Henchman. Wer weiß. Evil Henchman Nummer 593. Upsi, upsi, upsi. Dann machen wir was anderes. Na, nix da. Jim spawns. Äh. Ja, hello. Hallo. I'm friendly. Aber es ist ja leider nicht die Set hier. Upsi. Ah. Nein. Töten. Nein. Ah, verdammt. Das war schlecht. Jetzt kommen der eine nach der anderen. Ja, wirklich. Ja. What is that? Ach Gott. Also, das ist ziemlich dumm. Aber ist okay. Jetzt liegen dir wie viele Leichen hier unten. Da passt. Die haben die alle wegräumt. Ich kriege mal Punkte. Das muss jetzt leider sein. Das sind bis jetzt auch. Aber ich tue die alle wegräumen. Das sind 750 Punkte. Wenn nicht, muss ja gründlich sein. Dann muss ja aufräumen. Sonst bringt das alles ja gar nichts. Ah, mit denen kann man nicht sprinten. Schade. Sonst wäre das noch schneller. Na gut, dann nicht. Aber die werden sich jetzt auch ziemlich schön finden. Was vielleicht in einem kleinen Ort. Muss auch zum Stinken anfangen irgendwann. Na, aber gut. Schauen wir mal, wie es weiter geht. So. So. Ein bisschen rennen. Oh, 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 oh. Wollen wir gleich die Lichter ausmachen. Das ist auch was Schönes. Ah, das sind wieder solche, die ich kaputt machen kann. Na, perfekt. Ist da oben sonst noch was Tolles, was uns was bringen wird? Nee. Ist da was drinnen? Oh, da ist einer im Guard. Kommt auf einen anderen Eingang. Oft hast du Pech, oder? Oft hast du ein Pech, oder? Oh, da geht's runter, da geht's runter. Was ist da? Ja, eben das Tolles Artefakt. Da war es gezeichnet. Da war es gezeichnet. Na gut, dann gehen wir weiter. Komm mal da rauf. Oh, da ist auch irgendwas. Nicht da rauf. Das weiß ich nicht. Okay. Wir müssen vielleicht später erst hin. Mal schauen, was da unten ist. Ob da etwas Tolles ist. Okay, aber das ausschaut nicht. Na gut. Da rennen wir gerade die Wand drauf. Ist da unten jemand? Ah, ich glaube nicht. Oh, ist ja ein Rabe. Rabe. Oh, da bist du schon reingegangen. Warum bist du da schon reingegangen? Da drüben ist hier irgendwas Tolles noch. Man macht sowas, oder? Na, ich geh einfach mal runter. Ja, ist das, na. Hallo? Na, natürlich. Oh, schlecht. Okay, das sind doch auch Gegner. Oh, das kann ich zerstören. Oh, tschüss. Oh, genau. Scroll. So, das war das jetzt aber da, oder? Was mache ich da? Nein, war das zu weit gesprungen? Okay. Man kann doch wohl falsch, von falsch, also von falsch anstehen. Und das da als ultra super duper Ninja, das glaube ich ja gar nicht. Ich werde mir das jetzt einfach so holen. Das kann sein, dass ich manchmal gespottet werde. Wenn ich unversichtlich bin, so, dann holen wir uns noch tausend Rennen weiter. Scheint mehr gibt es hier nicht. Gibt es da oben noch was? Aber da oben waren wir, genau, da ziehen wir es uns an, was herkommt. Da gibt es sonst nichts. Da oben, oh, Mount Wall. Nein, nein, gibt es nichts. Gut, gehen wir ein. Hallo, oh. Essien's Truppen sind auf der Grunde, aber wir können sie direkt über sie fahren. Meet me on the roof. Ganz oben, oh, das ist super, ja. Das klettert aber auch noch rauf. Gut, na dann. Schade, danke, da unten rinnt einer. Wenn du die Strecke überladen hast, müssen wir die Kraft wieder auf, einen Fluss auf jeden Fall. Ich schaffe die Kraft für den 15. Fluss zurück. Nein, nein, nein. Du musst es aber nicht machen. Du kannst es machen, nachdem ich den da umgebracht habe. Das ist einfach so, dass es wieder ein und weg ist, schon wieder. Tja, es war an sich nicht zu stören, da sind nicht wieder auftreten, nur tja. Ah, so schnell kannst du gehen, was soll ich sagen? Ah, waste of time. Ja, finde ich auch, waste of time. Meiner Zeit und... Baba. Ah. Hätte ich da oben irgendwo hingehen können? Nein, ich glaube, das ist das schon, dass es okay passt. Okay, schau mal uns deinen Weg an, wie du gehst. Gehst du nicht ganz durch, das wäre ganz böse. Ah, ich habe mal Glück gehabt. Okay, jetzt bist du tot. Ja, sie hat es geschafft. Da ist da irgendwas. Oh, hallo. Nehmen wir den Power App auf. Boah, hier ist da unten. Wo, da unten? Schauen wir mal, ob da unten irgendwas ist. Wir haben ja Zeit. Jetzt sind Collectibles. Oder ist das da eigentlich? Ah, ich glaube, da unten gibt es nix. Ja, da wird es schon nix geben. Boah, ich stehe, rennen wir weiter rauf. Lichter sind wieder an, das ist ok Stecken wir uns da, bis er hergeschaut hat Das sehen wir auch in diesem Blasen ziehen wir gerade die Fußschritte von ihm Ok Ups, na, unser nächstes hier natürlich passt Wenn du dich wieder umdrehst, glaube ich Ja, natürlich, da ist nichts da Natürlich, weil es das Nichts ist da Tschüss Ah gut, haben wir eigentlich schon gemacht Aber, oh, da ist glaube ich irgendwer Oh, Light's broken Wie konnte nur so etwas passieren? Alles sieht gut aus Ja, finde ich auch Und ich verstecke mir auch noch Ein bisschen Punkte, Schall, nie Komm, komm Und auf Wiedersehen So, weiter Ist da nicht mehr drinnen? Ok Muss aber zum Kaput, Avenger Danger Oh, hallo Up the fact, yay Passt Tja, so schnell kann das funktionieren So ist die Repair Crew, keep moving Hey, Repair Crew, das ist ganz schlecht Wird mir nicht, dass die wieder kommt Die Bissin Repair Crew Hm, das ist schlecht Oh Gott Ah, natürlich 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 Na, gäh Gut, müssen wir schneller machen Ah, 18th floor, power is almost back on Dann gehen wir wieder weg Na, dann gehen wir weg Das ist jetzt zu gefährlich Oder? Nein So Gesehen sollten wir es mich jetzt nicht haben Ob jetzt immer das Problem ist, dass der Lustiger uns das sieht Wie machen wir das jetzt? Irgendwie Oh, Buddy, jaja Und das war's Ist da irgendwo Das heißt Und ich weiß nicht, ob ich das schießen kann Nein Okay, gut Dann weiß ich, ob es vorbei ist Und dann geh weiter Und dann ist das wieder auch ganz toll Und dann investigator Aha, Master Stealth Assassin Ah, da tun wir ja nix Mal weiß ich ja nie Oh, irgendwo war es Nope Und dann weiter Gibt's da unten was? Nope Gut Dann geht's da oben weiter Das geht geschafft jetzt, oder? Na, würde ich das sagen. Das war super. Nope, nix da mit Powerback on. Das gibt's bei uns nicht. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger vielleicht. Ich muss nämlich auch um meine Wache, muss ich ihn umbringen, bevor man die Oberwache das sehen kann. Okay, Marmaschinen, wie Marmaschinen, wie. Vielleicht muss ich da bleiben, ja, ich werde mal da bleiben, glaube ich. Und dann später nochmal, wie das ist, ja, wieder kompliziert ein bisschen, na gut. Das ist eine große Sprecher. Nein, 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 nein. Ich bin Gott sei Dank. Turning the Powerback on for 19. Nein, 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 nein. So, ja, das hier das Denken war eine schlechte Idee. Oh, nein, die beiden erschießen wir auch nicht. Nein, ach Gott! Es ist noch nichts. Oh, er hat noch geschafft, na gut, Glück im Unglück, muss man auch einmal haben. Muss auch funktionieren, und da sind jetzt auch wieder drei Körper drin, da ist das. Ja, ok, ok, wir bringen euch alle jetzt, wir bringen mal ein bisschen dich um, machen wir das da oben. Schön, dass du das gehört hast. Ja? Ja. Gerade ein Glück, bevor er gescheitert hat. Ist drinnen? Ich hoffe, dass da irgendwas toll ist, weil ich das ganze Zeit so gemacht habe, und ich verpasse jetzt nichts. Hä? Okay. Da muss ich das schon drinnen. Ok, das gibt es nicht, das sind einfach nur verschiedene Eingänge, das ist super. Na gut, dann gehen wir da rein. Die haben wir schon alles kaputt gemacht, passt, jetzt gehen wir weiter. Also, wahrscheinlich wird das dann mit der Obenkamera reingehen, für diejenigen, die einen, äh, wie heißt das? Ein Playthrough machen wollen, ohne dass sich irgendwelche Leute umbringen. Okay. Das wollen wir aber doch auch noch nicht, wir wollen ja noch schauen, was da drüben ist, weil das hier in Collectible irgendein toll ist. Wie kann ich da am geschicktesten hin? Achso, da kann ich hier einfach zapp, 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 strom aus, und ist da oben jetzt noch irgendwas? Ja, natürlich. Ah, da ist noch ein Guard. Nun holen wir den auch, warum nicht? Ha, 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 na gut, passt, dann gehen wir jetzt weiter. Ha, ist er hinter, ganz schön, was Feines. So, passt, schau mal, jetzt kommt, ich hoffe, es gibt keine Bosskämpfe, oder? Irgend so was, das wird doch ein bisschen... Was ist das jetzt mal? Geschafft. Ja, aus, na gut. Tja, ein paar Fehler, aber ich bin noch, wie gesagt, das ist alles, mein allererster Playthrough. Wie, alles geschafft, bis auf Reach, jetzt schon vor, mein Anderminage, schade, schade. Na gut, ich hätte das aber schon nochmal machen müssen, muss ich am Anfang ein bisschen schneller sein. Aber gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. her